Das Schlüsselwort ist Solidarität in Frankreich. Diese Solidarität vermisse ich unter den Deutschen. Das ist dramatisch, wie wenig solidarisch sie sind. Man sieht es bei den GDL-Streiks oder bei Cockpit. Da stehen die deutschen Schlange am Flughafen Woll nach Malle, sprich Mallorca, und lästern über die streikenden Flugkapitäne oder Cockpit-Besatzungen. Genauso schimpfen sie auf die Zugführer, wenn die ihr grundgesetzlich verbrieftes Recht einklagen, dass sie ihre eigenen Löhne haben wollen. Anstatt nun die Deutschen hingehen und sagen, jawohl, ihr habt Recht, dann fahren wir eben heute nicht zur Arbeit. Scheiß drauf. Wir sind mit euch solidarisch. Stehen Sie hin und meckern und maulen. Das ist eine der beliebtesten Tätigkeiten der Deutschen. Meckern und maulen. In Frankreich, wenn so ein Streik ist, dann stehen die Menschen mit auf der Straße und sagen, ihr habt Recht, es ist eine Sauerei, wie ihr bezahlt werdet. Dann sind die Menschen in Frankreich eben solidarisch. Und das ist das, was ich vermisse an Deutschland. Diese Neidgesellschaft, dieser Hass unter den Menschen, diese Unsolidarität, dieses Gekeife unter den Menschen, das ist etwas, was ich in Frankreich nie so erlebt habe. Okay. Vielen Dank.